RCT Radio Comedy The Better Way of Blödsinn Alter, ich bin kein Taliban. Ich geh nicht in die Luft. Keine Sau bekommt mich in die Luft. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ey, ich geh nicht in die Luft. Ey, ich geh nicht in die Luft. Ey, ich in die Luft geh, Alter. Explodier ich. Aha, aha, also doch ein Taliban. Aber Spaß beiseite. Wir sind jetzt fünf Stunden hier in Ungarn und ich hab tierisch Hunger. Könnte langsam echt was zwischen die Zähne vertragen. Naja, du, ich hab ne Idee. Da vorne steht doch Dommage. Das bedeutet so viel wie Imbiss auf Ungarisch. Du, und wisst du, was wir jetzt machen? Wir beide gehen jetzt gleich darüber und bestellen uns da was. Und wisst du, für was Ungarn eigentlich berühmt ist? Ganz genau. Die Ungarn sind berühmt für, äh, ich weiß hier jetzt ja nicht so, was du meinst. Aber, hm, wacht mal. Ich ticpe mal. Die Ungarn sind berüchtigt für ihr... Mensch, Alter, gib jetzt so was. Mir fällt nix ein. Ihr Gulasch? Ungarisches Gulasch. Ist genauso wie bei uns. Zum Beispiel Currywurst mit Pommes und Mayo. Ein billiges Gericht? Fastfood? Willst du mir damit mitteilen, dass die Ungarn die Meister im Fastfood sind? Nein, das ist ein Nationalgericht. Was echt lecker ist. Sowas bekommst du nicht überall und schmeckt auch nur hier richtig gut. Das ist ne geile Idee. Ich hab so'n Hunger, Alter. So'n Hunger. Ich könnte ein ganzes Huhn verdrücken. So ein Hunger hab ich. Mensch, Lenny, ich laber nicht so viel. Ich hab hier schon alles bestellt und du laberst von Hunger, Alter. Statt du mal mitmachst? Jut, jut, ich komm ja schon. Nur die Ruhe bewahren, Mord. Nur die Ruhe bewahren. Wie heißt es? Doch im Ruhrpott liegt die Kraft. Ach nee, in der Ruhe liegt die Kraft, mein Bester. So, ich hab mal bestellt. Let's show Spezial für mich und du bekommst Let's show Double, Alter. Lass's mal raten. Mit Cola plus Pommes zum Sparmenüpreis von 3,80 Euro. Ach Quatsch, nix Pommes, nix Cola, Alter. Im Spezial ist Dato drin und im Dabelspezial ist Doppel Daco drin. Was immer das ist? Das klingt wie Hund. Ach du Scheiße, Alter. Da ist Hund drin. Ey, ich ess das Zeug nicht. Ach Quatsch, Alter. Die Chinesen essen Hunde. Und seit wann kommt denn ein Hund ins Let's show? Ja, stimmt. Ich wusste doch, dass die kleinen China-Menschen Hunde essen. So, nun hau ich aber erstmal rein. Das schmeckt nämlich gut. Na, wie schmecken euch Let's show mit Hundefleisch? W-w-w-was? Ja, neue Kreation. Hat mein Mann aus China mitgebracht. Und wir nun testen schon seit eine Woche, meint beide Freunde. Boah! Mann! Boah, so eine Scheiße hier. Hey, drehen die einen Hundefleisch an, boah. Ja, echt, Mann. Das geht ja ja nicht. Mann, Mann. Aber erstmal ehrlich, ne? Das schmeckt ja nicht so schlecht, ne? Ich würd sagen, wir bestellen uns jetzt erstmal was zu trinken. Können wir noch was Wein haben? Oder ungarisches Bier? Ganz genau. Das gönn ich mir. Und dann bitte noch zweimal Let's show. Okay. Ends. Dann aber auch mal. Ends. Vielen Dank.